und allein kann den kammerschlüssel nicht aufladen man braucht einen katalysator etwas das seine kraft Man braucht eine Sirene. Jack hat sich seinen Sirenen-Katalysator vor langer Zeit verletzt. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Der Schlüssel ist hier. Aber... Um zu verhindern, dass Jack den Krieger erweckt, reicht es nicht, den Kammerschlüssel zu stiehen. Du musst auch seinen Katalysator zerstören. Du musst ruhig... Zerstören. Jack pumpte mich jahrelang mit Iridium voll und benutzte mich, um den Schlüssel aufzuladen und seine Gegner zu manipulieren. Werden die Iridium-Injektoren zerstört, die mich... am Leben halten, wird der Schlüssel nicht weiter aufgeladen und eine lebenslange Knechtschaft endet. Als... Weg von meiner Tochter, verdammt! Verdammt, was soll das? Agent! Ich halte dich auf, du Verdammter! Ah, nicht noch! Die Iridium-Injektoren! Zerstören! Hüterung! Nein! Ich versuche, die Iridium-Injektoren freizulegen! Wartet! Nein! Ich versuche, die Iridium-Injektoren freizulegen! Wartet! Du Kasparrweig schsquatzen! Dein Fall! Ja, ich schbaue dir, wer aber der Fall vonkam! Ja, Sie Account takte! Blutiger Sand, gib mir meine Schäden zurück! Lass das Blut weiter! Blutiger Sand, gib mir meine Schäden zurück, gib mir meine Schäden zurück! Blutiger Sand, gib mir meine Schäden zurück! Blutiger Sand, gib mir meine Schäden zurück! GEISLAUF DES LEBENS! Beweislauf des Lebens! Gebt mir mein Stein zu! Nein, nein, nein! Welch wunderschönes Elend! Ich schicke den Monikyore. Du kannst mich ganz wichtig kontrollieren! Ich war dir deine Beurteilungen! Ja, 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 ja! Hey! Ja! Brauchst du Hilfe? Rose! Du musst die Stimme von der Instruktion deaktivieren. Du kannst nicht was aufpassen. Du kannst nicht so lange die Wege haben. Ich halte so fort, Roland. Ja, bin dran! Ich schaue ihn ja! Schau ihn! Lass das Blut! Ich halte es nicht aus! Ich halte es nicht aus! Du kannst mich nicht kontrollieren! D�vers aufhören zu kehlen! Niequellen! Niemals stammt! Niemals stammt! Wurr... Niemals aufhören zu kehlen! Niemals! Entschuldige Philippe, es ist nur sovrückend, ich kann anders sein, ich würde es schuldigen. Ich würde es nicht schuldigen. Ah, ich bin für ein Pferd! Ich bin der Schmerz. Ich bin der Schmerz. Ich bin der Schmerz. Nein, ich halte es nicht aus! Du siehst sie sicher! Oh stink! Oh mein Gott! Die Hyperion Corporation. Die Hyperion Corporation. Was ist denn? Diesen Zaun ist ein Zaun, Mann! Niemals aufhören zu killen! Niemals! Nein! 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 Da gehört der Schmerz hin! Anzein! Anzein! Mut zum Leben! Anzein! 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 Geht's nicht da! Steht's nicht weg! Geht's! Wir müssen hier weg! Was ist das? Das ist doch nicht so weit. Da ist wachsach. Woha! Bissbeam bär! Wir haben keine Besuchten. Lass uns statt. Ich fahre eine große, paus! Hahaha, leben! Es ist falsch! Der Schild ist unten! Schieß auf den Injektor! Der Schild ist unten! 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 Der Schild ist unten!